Ich beantworte eure Fragen. Neulich habe ich euch gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Davon beantwortete ich jetzt ein paar. Der Pianist6471 fragt, Hashtag Rocktops, wie kann man auf deinen Server? Ganz viele von euch haben mir diese Frage seit dem letzten Mal gestellt. Am besten zeige ich euch einfach mal, wie man mit beiden Versionen drauf joinen kann. Bei der Java-Version geht ihr einfach auf Multiplayer, direktes Verbinden und gebt CG.games ein. Und dann auf Joint Server. Jetzt zeige ich euch, wie man das mit der Bedrock-Version macht. Bei der Bedrock-Version ist es fast dasselbe. Ihr geht zu den Servern, scrollt runter, geht auf Server hinzufügen, gebt den Namen für den Server ein und die IP CG.games und dann auf Spielen. Jetzt wisst ihr, wie man mit beiden Versionen auf den Server joinen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Karl Prime fragt, Hashtag Rocktops, wie viele Sprachen sprichst du? Normal spreche ich zwei Sprachen, aber wenn ich wütend bin, spreche ich drei. Sam 7 fragt, Hashtag Rocktops, wo kann man sich für das Rentner-Daten anmelden? Also dafür muss man auf jeden Fall... Hey, was machst du da? Oh, vater, weg hier! Hey! Kaktus fragt, Hashtag Rocktops, wieso enden gefühlt alle deine Chancen mit Explosionen? Hm, ich weiß gar nicht, was du... Wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, dann schreibt einfach Hashtag Rocktops und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.